Bildlich gesprochen Wär ich ein Baum, Ich wüchse dir in die hohle Hand, Und wärst du das Meer, Ich baute dir weiße Burgen aus Sand. Wärst du eine Blume, Ich grübe dich mit allen Wurzeln aus, Wär ich ein Feuer, Ich legte in sanfte Asche dein Haus, Wär ich eine Nixe, Ich saugte dich auf den Grund hinab, Und wärst du ein Stern, Ich knallte dich vom Himmel ab. Das Gedicht beginnt mit wunderschönen Bildern Wär ich ein Baum, Ich wüchse dir in die hohle Hand, Ein starker, mächtiger Baum will sich in der bergenden Hand klein machen, Man kann es als Bild dafür verstehen, Wie sich ein eigentlich stark und mächtig fühlender Mensch Als verletzlich, klein, aber auch geschützt und geborgen beim Anderen sehen will. Und wärst du das Meer, Ich baute dir weiße Burgen aus Sand, Das klingt nach geradezu erotischer Hingabe, Wenn sich Formen aus Sand, der annähernd Hautfarbe hat, Anbieten, im Meer zu zerfließen. Wärst du eine Blume, Ich grübe dich mit allen Wurzeln aus, Goethe wählte dieses Bild in seinem Gedicht gefunden, Als Ausdruck für dauernde, den ganzen Menschen umfassende Liebe. Ganz zufrieden sind wir damit nicht, Weil wir schon einen starken Besitzanspruch heraushören, Immerhin wird er jemand aus seinem eigenen Umfeld, Seinem eigenen Leben herausgelöst. Wär ich ein Feuer, Ich legte in sanfte Asche dein Haus. Es wird immer ambivalenter und beängstigender. Das schützende Haus der geliebten Person wird abgefackelt, Sei es auch auf eine sanfte Art. Die Person wird zwar vielleicht mit Liebe überschüttet, Soll aber keine Möglichkeit haben, sich dem zu entziehen. Wär ich eine Nixe, Ich saugte dich auf den Grund hinab. Die Tarnung fällt immer mehr, Das ist auch kein fantasievolles Bild mehr, Sondern einfach das, was die Nixen in den entsprechenden Märchen Sowieso immer tun. Derjenige, der einer Nixe verfällt, Wird unweigerlich von ihr in den Tod auf den Meeresgrund gezogen. Im realen Leben kann die Botschaft heißen, Du hast mir zu gehören, egal wie es dir dabei ergeht. Und wärst du ein Stern, Ich knallte dich vom Himmel ab. Die Sprache hat sich doch sehr verändert. Abknallen ist nicht mehr das schöne Kalenderspruchdeutsch, Mit dem das Gedicht begann. Der Stern für alle sichtbar wird mit einem gezielten Schuss vom Himmel geholt, Damit er nur noch unten für eine einzige Person leuchten kann. Ob er abgeknallt überhaupt noch leuchten kann, ist dabei unwichtig. Hauptsache die Person ist für niemand anderen mehr in Liebesdingen zugänglich. Eine interessante Frage. Ist das eine typisch weibliche Perspektive, Oder kommt man nur darauf, weil das Gedicht von einer Frau geschrieben wurde? So oder so. Bildlich gesprochen. Und nicht allzu wörtlich sollen wir das nehmen. Und in ihrem selbstironischen Umgang mit diesem Besitzanspruch an die andere Person, Würde dieses Gedicht als Liebeserklärung vielleicht doch erfolgversprechender sein, Als man zunächst denkt. Sozusagen ein hochpoetisches Ich könnte dich auffressen. Man stelle sich nur vor, nach einer Liebesnacht spreche der geliebte Mensch so zu einem. Was für ein romantisches Frühstück! Hast du froh in? Ich denke ein dringes Lehrlebte für Meister. Bin etwas ganz gut, glaub ich es nicht. Aber dafür wären wir irgendwelche alle Untertitelung des ZDF, 2020